Selbst mitten in der Stadt, wo immer gereinigt wird, sieht man, wie das am Samstagmorgen aussieht. Daher müssen wir hier auch aktiv werden. Wir sammeln heute Müll, beteiligen uns an Clean Up, an der Aktion heute in ganz München-Gladbach. Das machen wir schon seit Jahren. Man tut was für die Allgemeinheit, das sieht ein bisschen schöner aus. Ich ärgere mich jeden Samstag und Sonntagmorgen, wenn ich Brötchen höhle, wie es auf dem Marktplatz aussieht. Man glaubt gar nicht, was die Leute alles wegschmeißen. Bei der Frühjahrsputz-Aktion machen viele lokale Vereine mit und auch viele Parteien vor Ort. Also heute ist der Frühjahrsputz, organisiert hier in Oeding vom Männerverein. Da haben wir uns in verschiedene Teams aufgeteilt, sind verschiedene Routen langgegangen und haben einfach mal geguckt, dass der Müll, der sich hier über den Winter angesammelt hat, einfach mal aufräumt wird und Oeding damit ein Stückchen schöner aussieht. Aber es macht immer wieder Spaß. Also wir machen das ja schon seit zehn Jahren hier in Oeding. Immer zu dem Frühjahrsputz, was die AB veranstaltet, machen wir mit. Der Männerverein Oeding und eben wir mit der CDU in der Werke. Wir unterstützen das Ganze. Die Oeding ist sauber! Es macht echt Spaß, wenn man im Endeffekt sehen kann, wie viel wir jetzt schon gesammelt haben und dass man denken kann, diesen ganzen Müll haben wir von der Straße befreit und dann sieht es ein Stückchen schöner aus. Nächstes Jahr sind wir natürlich wieder hier. Wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere mehr noch dazu kommt, denn es wird immer Schmutzwinken geben. Die Oedingungen